willkommen zurück im teil 2 audi urquattro von treser ich wollte euch hier mal diese sprachsynthese zeigen dieses digital cockpit und mal so ein start von dem fünfzylinder turbo mal euch einen eindruck geben wie der so wenn er richtig eingestellt ist wir haben ihn auf 2,5 prozent co eingestellt und er klingt wahnsinnig gut vor allem im schiebetrieb da fängt er an zu spotzeln ich zeige es dann noch mal in im teil 3 während der inboardfahrt wir starten mal hier haben wir also das digifiz er zeigt dann erstmal hier immer an wenn man nicht angeschnallt ist wenn wir jetzt los fährt anrollt dann fängt die dame an zu sprechen bitte sicherheitsgurt anschließen aber ich werde euch noch mal gerade den check durchspielen dazu muss mit dem motor aus sein ja hier der lade pfeift nur der wm motor ja der klingt so halt hat ja diesen sonoren sound diesen typischen charakteristischen fünfzylinder dumpfen sonoren quadro sound das hat man beim 20 v ehrlich gesagt nie hinbekommen außer man hat damit eine abgasanlage gespielt aber serienmäßig war der sound ungleich besser als beim 20 v man merkt es ja auch wenn man so ein 200er quadro 20 v bewegt hat die war auch das waren ja schon sehr leise auch von s4 aber selbst der uhr quadro war ein bisschen dumpfer okay jetzt lassen wir mal die sprachsynthese durch spielen das sollte natürlich auch funktionieren früher haben viele diese sprachsynthese abgeklemmt ja warum ja weil er halt viele fehlermeldungen hatte so man macht es an und drückt dann hier quasi auf den hebel Achtung Bremssystem defekt Bitte Sicherheitsgurt anlegen Bitte Licht ausschalten Achtung Handbremse lösen Bitte Batteriespannung prüfen Bitte Bremsbeläge prüfen Bitte Waschwasser nachfüllen Bitte Bremslicht prüfen Achtung Kühlwasser zu heiß Achtung Bremsflüssigkeit prüfen Bitte Tanken Bitte Fahrlicht prüfen Bremslicht defekt Achtung Kühlsystem prüfen Achtung Ölstand prüfen Ja das war's Das ist im Prinzip der damalige Fehlerspeicher beim Uhr Immerhin 1983 Ja das war ja absolut basic Damals waren ja auch die Digitaluhren total in Also die Armbanduhren Und ja so war das halt Wie gesagt ab 1988 Modelljahr 1988 wurde das dann umgeswitcht auf dieses rote oder bronchene Cockpit ohne Sprachsynthese Und ja bis dahin Bis demnächst zum Teil 3 im Uhrquattro Ich sage Tschüss Bis zum nächsten Mal Euer Ralf Skiba von Skibars Youngtimer Kaufberatung Hier aus dem schönen Audi Uhrquattro von Dresa Und bis dahin Ciao ciao Bis zum nächsten Mal